Teil 11 Mein Urlaubsgurs für euch Gerade gegessen. Ich habe gerade gegessen. Ich habe gerade gegessen. So, ich habe gerade gegessen. Und da habe ich mir nur Kohleleid geholt. Weil ich vielleicht ein bisschen Kopfweh hatte. Aber sonst... Ja, ich gebe euch auch ab. Jawoll! So, jetzt laufe ich noch ein Stück. Ich bin ja nach Hause nach dem Essen. Heute ist es nicht so windig wie gestern. Da geht einigermaßen. Aber immerhin. So, ich bin da unterwegs. Ich laufe noch. Heute ist es nicht so windig wie gestern. Aber ist auch gut so. Also, Daumen heben, wenn es gefällt. Ich zeige euch jetzt nochmal was schönes. Dann muss ich ein Stück vorgehen. Ich hoffe, man kann sehen. Ich bin da unterwegs. Ich bin da unterwegs. Ich bin da unterwegs. Ich bin da unterwegs. Dann haben wir es. Was ein großer Kreisverkehr. Wow. Macht man auch nicht alle Tage. So ein riesen Kreisverkehr. Echt großes Ding. Wenn man dieses Kreisverkehr bedenkt. Herrlich. Seht ihr die Fahne? Da hängt auch mal eine Bremen-Fahne. Warum die jetzt noch nicht mehr hängt. Keine Ahnung. Aber. Egal. Da legt man sich fast auf die Schnauze. Das gibt's doch nicht. Egal. Egal. Was man hier so egal nimmt. Hm. Daumen heben nicht vergessen. Vor allen Dingen, wenn es euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt. Natürlich auch gerne Daumen heben. Es gibt's ein paar Stellen. Wo ich sagen muss. Da könnte man sehr gut eine Serie drehen. Eine Fernsehserie. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber es gibt eine Möglichkeit. Weil hier ein paar Gebäude sind. Wo ich sagen muss. Die wären für eine Fernsehserie nicht schlecht. Ja. Das Haus. Und das da. Da könnte man gut eine Fernsehserie machen. Aber es ist eine andere Geschichte. Da. Kann auch mal eine. Dort könnte man auch eine gute Fernsehserie machen. Das war's erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Daumen heben nicht vergessen und freut euch auf morgen da geht's weiter mit neuen Freunden Ciao